Gibt in dem kleinen grünen Feld die Anzahl der Zehnergruppen blauer Perlen an, die auf dem grünen Kissen liegen. Achso, es geht um die Anzahl Zehnergruppen. Also haben wir zehn Perlen. Gibt in dem blauen Feld an, wie viele grübe Perlen du hier siehst. Es tut mir leid. Es sind neun. Also haben wir insgesamt neunzehn Perlen in der Tue. Ja, ich versteh schon. Ich wusste doch nur nicht, dass es eine Szenegruppe darstellen soll. Ich bin so doof. Ja, ich hab doch gesagt, das Spiel überfordert mich gleich. Tja, das stimmt nicht ganz. Weißt du, wenn du... Das ist mir egal, an der Tue. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin so das. Vielen Dank.